Wir haben den 15.08.2022. Ich bin kurz in die Wohnung gekommen und ich habe gemerkt, ich muss hier ein Backup machen. Und darum bin ich kurz drücken. Jetzt habe ich hier außen einen Spatz gehört. Aber ich sehe ihn gerade nicht. Ah, da. Wo sind sie? Es sind gerade mehrere, zwei. Und hier ist nur der Nächste. Gerade neben mir gelandet. Jetzt hat er mich entdeckt. Mal schauen, wie lange er bleibt. Mhm. Ja. 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 Ja.